Hallo, herzlich willkommen bei der Feuerwehr in Förden. Kommt rein. Hier seht ihr die Fahrzeughalle, in der gleichzeitig auch die Ausrüstung gelagert wird. Das ist Ausrüstung für 45 Männer und Frauen. Mittlerweile haben wir insgesamt neun Frauen in der aktiven Feuerwehr, in der Jugendfeuerwehr natürlich auch Mädels. Wir haben unsere Fahrzeuge, vier Stück, hier untergestellt und die entsprechende Ausrüstung für jeden Feuerwehrmann, für jede Feuerwehrfrau hier entsprechend gelagert. Da sehen wir in dem kleinen Raum Spezialausrüstung. Das sind Vollschutzanzüge, die bei einem Einsatz mit Chemikalien benutzt werden. Diese Anzüge kosten pro Stück ca. 5000 Euro. Ich darf im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Förden eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.